Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Siberia, dem zweiten Teil sind wir mittlerweile. Ja, Hans ist, Hans haben wir mittlerweile gefunden, den wir ja im ersten Teil gesucht haben. Nein, aber darum geht es nicht, sondern Hans ist krank. Ihm geht es nicht sonderlich gut, er hat Fieber, ist zusammengebrochen. Und wir haben ihn jetzt ins Kloster gebracht, in der Hoffnung, dass die Mönche ihn heilen können. Jetzt haben wir gerade Hans angesprochen und wollen mal klären, was mit ihm los ist, beziehungsweise wie es ihm geht. Die Mission? Wir haben ihn hergebracht, damit ihnen geholfen wird. Dazu haben wir keine Zeit, Kate. Wir müssen, wir müssen dorthin gelangen. Nach Siberia. Okay. Beruhigen Sie sich, Hans, ich bitte Sie. Nein. Ähm, Kloster. Hans, wir befinden uns im Kloster. Erinnern Sie sich? In Valadilene ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich, er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück, verschwindet in seinem Büro und... Nein, Hans, in Valadilene sind Sie geboren. Jetzt sind wir im Kloster von Romansburg, weit weg von Valadilene. Hier werden Sie geheilt werden. Alexei, suchen Sie Alexei Tukjanov. Alexei Tukjanov? Alexei, er, er hat bei den Yukol gelebt. Er kann mir helfen. Okay. Ja, genau. Das ist toll. Gespräche belauschen, ne? Äh, ich... Ähm... Ich schließe mal. Ich bin weit wieder zurück. Gut. Ich habe nämlich nicht so große sonnerliche Lust, dass der unsere Gespräche belauscht. Genau. Ach. Ja, der wird so oder so vor der Tür stehen, egal was ich mache. Sie lauschen hinter Türen? Hm. Lauschen? Äh, nein, ich mache nur sauber. Ja. Hm, ich habe eben mit Hans gesprochen. Was für Neuigkeiten gibt es? Hm, ja, also, er hat mir von einem ihrer Mitmönche erzählt. Einem gewissen Alexei. Ah. Tempus edax rerum. Bruder Alexei weilt nicht mehr auf Erden. Okay. Sie kennen diesen Alexei also nicht? Nein, nein. Omnis homo mendax. Ohohohohoho. Mhm. Sie wissen doch bestimmt, wo Alexei steckt. Ohohohoho. Moos ultima ratio. Hihihi. Ähm, ähm, ähm. Ich wollte noch mit ihm gesprochen haben. Liebe Schwester. Oh, kann ich, können wir die einsammeln? Ne, anscheinend nicht. Äh, Alexei war ein Ordensbruder und mein Freund. Lange Zeit fern des Klosters bei den Jukul gelebt. Diesem seltsamen Volkesstamm, der die Mammuts der Frühzeit... Hm, das Pergament. Das sieht so aus, als wenn wir das Pergament jetzt einzeln haben. Ja. Siehste. So. Ne, ähm, so. Angucken. So. So. Das hört sich... Das sieht doch schon viel guter aus. Äh, viel guter. Viel besser aus. Oh Gott. Was ist heute mit mir los? Äh, diesem seltsamen Volkesstamm, der die Mammuts der Frühzeit als Götter verehrte. Ich bin alles andere als ein gelehrter Mönch, aber ich habe oft genug zu unserem Herrgott gebetet, um zu wissen, dass dieser vielerlei Gestalt annehmen kann. Denn die Vorstellungskraft der Menschen, die ihn verehren, ist nahezu unerschöpflich. Dies wird ihnen gefallen. Sie finden den Schlüssel im Licht des Mammutauges. Aha. Das. Licht. Okay. Ähm, jetzt könnten wir aber rein theoretisch weiter mit Hans reden. Das werden wir auch einfach mal tun. Hans, jetzt werden wir nicht mehr blauscht. So. Wer ist Alexei? Ein alter Mönch, ein Freund. Er kennt die Heilkunst der Jukol. Warum soll ich den Mönch Alexei finden? Alexei. Er, er kann mir helfen. Hä? Aber, äh, seien Sie vernünftig. Niemand kann Ihnen hier besser helfen als der alte Patriarch. Äh. Alexei. Er kennt Sie in der Heilkunst der Jukol aus. Der alte Patriarch. Äh, er ist ein Dummkopf. Und dann vor allem hat der Hans schon lange aufgegeben. Sie glauben also wirklich, dieser Mönch könne Sie heilen? Alexei. Er behandelt nach Art der Schamanen. Die Schamanen sind genau richtig für mich. Sie scheinen den Jukol bedeutender Heilkräfte zuzuschreiben. Die Magie der Jukol-Schamanen ist sehr wirksam. Aber Hans. Sie wissen doch selbst, dass das nur Hokus-Pokus ist. Die Jukol verfügen über großes Wissen, Kate. Großes Wissen. Ich bin bald wieder zurück. Gut. So, dann, äh, ja. Gucken wir mal uns weiter um. Wir haben ja anscheinend aus Versehen sofort den richtigen Weg gefunden. Zumindest, dass Hans hier hochgebracht wird. Äh, okay. Dann stecken wir einfach eine Bürste ein. Ich hab noch keine Ahnung, wofür sie die brauchen. Warum sie den Eimer nicht mitnimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, mit uns reden wird hier keiner. Naja, so wie ich mir das gedacht hab. Okay, mit uns reden wird keiner. Dann gehen wir mal eine Tür weiter. Ja, hier ist bedrückte Luft. Irgendwie. An deiner Seite ist nichts. Geht mal weiter runter. Geht erstmal runter. Und dann gucken wir mal, was wir hier so anstellen können. Ähm. Was ist das? Ach, Herr Jemini, was ist das? Äh. Was macht die Flamme da? Was macht die Flamme? Merkwürdige Flamme. Ganz merkwürdige Flamme. Okay. Gut. Wir haben es hier also mit mysteriösen Flammen zu tun. Ach nee, das ist, das ist, ja, okay. Ja, da ziehen wir wieder die Kerze runter. Och, die hat eine sehr mysteriöse Flamme. Ähm. Ja, kannst du wieder hochmachen, Kate. Ich glaube, das Rätsel zur Lösung haben wir noch nicht gefunden. Ähm. Pack das erstmal mal wieder weg. Okay, bitte, Kate. Danke. Steht irgendwas hier drauf? Nee. Ist auch nichts. Ähm. Nee. Die können wir auch nicht gebrauchen. Ähm. Laufen wir mal wieder hoch. Das ging ja noch in die andere Richtung. Okay. Auch hier ist nix. Ähm. Nö. Gut. Ähm. Okay, das läuft wieder schnell. Gut, also. Der Mönch meinte ja eben, der Alexei weilt nicht mehr unter uns. Ähm. Das ist das einzige Grab, was hier an. Was ist? Was ist? Was ist? Was ist das denn? Ja, das ist, äh. Aber damit geht das nicht, ne? War klar. Okay. Aber ich sehe hier schon, ja. Könnte, könnte. Könnte es sein. Ich denke auch, dass es das sein wird. Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. Mhm. Hm. Eine echte Mönchsarbeit. Okay, gut. Dann haben wir nix weiter. Doch. Bei dem Riss eben war irgendwas nicht zu sehen. Kate, war lang. Kate, was machst du da? Danke. Ah. Okay. Ist auch nicht wirklich was, was wir finden. Puh, reicht steil. Puh, reicht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Okay. Das hört sich sehr nach einem Satz an, den wir später noch brauchen werden. Äh, beziehungsweise an den wir uns später noch erinnern werden. Sowas ist ja nicht ohne Grund in, äh, so ein Spiel eingebaut, ne? So. Gucken wir mal hier weiter. Ähm. Wir brauchen irgendwas. Ähm. Wir brauchen irgendwas, um diese, diese Ranken wegzusch... Die war eben noch nicht da, oder? Ja, okay. Alles klar. Dann haben wir etwas gefunden, womit wir die Ranken wegschneiden können. Äh, und dann hoffen wir mal, dass das Alexej Putranovs Grab ist. Und zwar hier... Schere... Schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt unser Plan? Sauber machen? Doch, nö. Ach, nicht. Hä? Moment mal. Kräuter und Bombeersträucher. Aber warum haben wir das gerade eingesammelt? Werden wir wohl noch herausfinden. Bin ich ganz stark von überzeugt. Jetzt nur mal etwas nebenbei, ne. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Das hier über dem Tor, über dem Eingangstor, erinnert mich doch sehr an etwas. Hä? Okay. Zufälle gibt's. Ähm, wir gucken mal hier weiter. Hier gibt es hier noch so Dinge, die man machen kann. Ich glaube... Können wir ein paar Münzen hinlegen? Ne, geht leider nicht. Okay. Das geht auch nicht. Anschlüsse können wir nicht hinlegen. Eine Schere. Auch nicht. Okay. Eine Bürste. Nein, auch nicht. Streichhölzer geht. Möchte mir die Gärze anmachen? Nein. Okay. Eine Idee hab ich tatsächlich noch. Und zwar, wir haben ja eine Bürste eingesammelt. Warum auch immer zur Hölle wir eine Bürste eingesammelt haben. Äh, warte, 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 warte. Vielleicht soll das Ding hier oben auch einfach nur die Männlichkeit unterstreichen, die hier anscheinend nur im Kloster vorhanden sein darf. Na, wer weiß, wer weiß. Gut. Ähm... So. Und zwar eine Idee hab ich noch. Wir haben doch gerade diese Bilder hier gefunden. Ganz genau die hier. Was passiert, wenn wir die... Mit einer Bürste... Okay. Was? Ja. Volle Arbeit. Genau. Wir müssen irgendwie an den Schlüssel kommen. Was? Oh je, Mini. Das geht tatsächlich. Ja, genau. Zerstör mal die Arbeit, Kate. Ist ganz toll. Wird auch keiner merken. Ach. Moment mal. Das muss ich mir aufschreiben. Das wird garantiert die Lösung zu dem Ding sein, wo wir die Kerzen runterziehen müssen. Ähm. Ja, wie beschreibe ich denn das am besten auf? Machen wir mal ein Kreuz. So. so, 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 so. Das erkenne ich als Kreuz. Sehr gut. Hier oben haben wir einen hellen Kreis, dann kommt ein dunkler Kreis, dann kommt noch ein dunkler Kreis, dann kommt ein heller Kreis, dann kommt noch ein heller Kreis, dann kommt ein dunkler Kreis, noch ein dunkler Kreis, noch ein dunkler Kreis. ein heller Kreis, ein heller Kreis und ein dunkler und ein dunkler. Okay, ich hoffe, wer versteckt das auch dort? Egal. Ich glaube, ich weiß sofort, womit ich das verbinden kann. Und zwar, wie gesagt, drüben und dann runter. Die Ketze war so auffällig gerade. Und zwar müssen wir dann hier wieder das Ding mitnehmen. Ich habe ja hier unten auf dem Boden tatsächlich auch das Kreuz gerade gesehen. Hier, das hier. Ich denke mal, so müssen wir auch denken. Und zwar das hier. Ich hoffe, der helle Kreis ist dann halt auch die Kerze ist an quasi. Also die Kerze ist hell mit der gruseligen Kerze. zwei freilassen, dann hier. Ja, gut. Und hier. Dann drei freilassen. Ja, genau. Eins, zwei, drei. Und ja, es könnte hinkommen. Das sind genau gleich viele Punkte wie bei dem Ding, was ich eben abgeschrieben habe. Und hier. Perfekt. Und? Ach. Na, guck an. Haben wir es also richtig gemacht. Okay, perfekt. Ähm. Also schnell wieder hoch. Und gucken, welches Ding sich geöffnet hat. Die Dinge habe ich hier an der Seite schon gesehen. Und ich vermute ganz stark, dass es der ganz hinten sein wird. Nee, der ist es nicht. Ja, habe ich mir doch gedacht. Okay, gut. Guck mal, von da aus sehen wir die Lok. Cool. Passiert nix. Okay. Ähm. Wir haben aber die Münze gekriegt. Packen wir hier mal rein. Okay. Aufmachen vielleicht. So rum. Ist die Münze da noch drin? ne? Ja. Okay. Jetzt geht's nur darum. Das halten wir schon, ne? Müsst du aufmachen. Es ist, verändert sich ja was. Ja, perfekt. Da haben wir das doch. Er hat doch geschrieben, in dem Auge von dem Mammut. Ja, ich würde behaupten, das ist das Auge von Mammut. Und jetzt? Ach. So. Okay. Jetzt? Haben wir das? Nee. Ich hab gedacht, das Teil, was wir gerade rausgenommen haben, dass wir das vielleicht jetzt in der Tasche haben, haben wir aber nicht. Okay. Was ist das? Ei, Alexej Tugjanov. Reisenotizen und Zeichnungen aus dem hohen Norden Sibériens. Am 15. April 1947 lud ich Gepäck und Vorräte auf einen Schlitten, vor dem ich mehrere kräftige Tiere spannte, und verließ das Kloster der Stadt Romansburg gen Norden. Auf der Suche nach den rätselhaften Völkern, welche in der trostlosen Weite der siberischen Tundra zu Hause sind, ich hatte von meinen Ordensvorgesetzten den Auftrag erhalten, diese heidnischen Stämme, die alle dem schamanischen Glauben anhingen, zu bekehren, zu versuchen. Ich reiste unter der Tarnung eines einfachen Trappers, da es sich vor den Staatsagenten und dem Militär in Acht zu nehmen galt, die jegliche religiöse Tätigkeit mit einem misstrauischen Auge beobachteten und ihrerseits das östliche Sibirien durchstreiften, um die Eingeborenen davon zu überzeugen, dass endlich die äußerst zweifelhaften Segnungen des siegreichen Kollektivismus zu kosten. Es bedurfte mehrere Wochen, bis mir mein Gespann wirklich vertraut war. Da in Romansburg keine Hunde aufzutreiben waren, hatte ich mit einigen Jukis Vorliebe, äh Vorlieb nehmen müssen, die ich von einem Jäger erstanden hatte. Der Juki weist sowohl Ähnlichkeiten mit dem Seehund, als auch mit dem Hund auf. In der freien Wildbahn lebt er hauptsächlich am Flussufer. Aufgrund seiner außerordentlichen Gefräßigkeit ist es für einen Trapper ein leichtes, ihn zu fangen. Im Winter ernährt sich der Juki vor allem vom Orangeschlags, den ihm der sibirische Braunbär jedoch häufig streitig macht, da dieser Fisch die bevorzugte Nahrung des gefährlichen Braunungetüms ist. Ui, wie süß. Ah, den Juki haben wir ja schon gesehen. Ist er erst einmal gezähmt? In den Jukern, die in diesen gottverlassenen Gebieten lebten, galt mein Hauptinteresse zu zweifelsohne den Jukol. Wen wundert es also, dass ich meine Schritte dorthin lenkte, wo ich davon ausgehen durfte, auf sie zu stoßen? Die Reise gestaltet sich langwierig und gefährlich. Erst am 27. Oktober 1947 gelang es mir, mit den Jukol in Kontakt zu treten. Ich weilte mehrere Monate lang unter ihnen, machte mich mit ihrer Lebensweise vertraut und lernte sie dafür zu schätzen, was sie waren. Sehr schnell schon verwarf ich jegliche Bekehrungsabsicht und begnügte mich damit, ihre Sitten und Gebräuche zu studieren. Die Jukol sind eines der am wenigsten erforschten Völker des hohen Nordens. Sie leben heute in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografischen Entfernungen und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sowohl die Forschung als auch die sowjetischen Behörden sich bisher nur wenig mit den Jukol befasst haben. Und so konnte ich vor meiner Reise lediglich einige wenige Skizzen, Notizen und Fotografien studieren, die die russische Forscherin Marie Baudrinow vor rund 100 Jahren angefertigt hatte. Ihr verdanken wir heute einen Großteil dessen, was wir über das Volk der Jukol und deren Kultur wissen. Die Ursprünge der Jukol reichen in die letzte Eiszeit zurück. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Zivilisation. Genauer gesagt in den vorgeschichtlichen Höhlen der Stadt Valadilene, tief im Herzen der französischen Alpen. Welch eine Überraschung. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Globus unternommen hat. Heilige Schneeäule Dieser Vogel wird oft als Begleiter der Jukol-Jaman angesehen. Er scheint sowohl als sein Gehilfe, als auch als Repräsentant und sogar als seine Reinkarnation betrachtet zu werden. In den weiten Ebenen Sibereas wimmelt es nur so von Lemmingen. Sie ernähren sich von Samen und kleinen Früchten, die sie in ihren Bauten behorten, um den Winter zu überstehen. Der Lemming gräbt tief Stollen ins Eis, um seinen Feinden zu entkommen. Seine größte Bedrohung stellte die Schneeäule dar, zu deren Lieblingsspeisen erzählte. Oder zählt. Immer noch. Im Laufe meiner Reise bin ich mehrere Male auf vorgeschichtliche Spuren gestoßen, die darauf hindeuten, dass die Jukol ehemals viel weiter westlich angesiedelt waren, als es heute der Fall ist. So fand ich zum Beispiel an Wegrändern kleine geschickt errichtete Steinhaufen, die den Jukol-Jägern bei ihren Opfer rieten, zugunsten heidnischer Göster als Altar dienten. Der Grund für die lange Wanderung der Jukol liegt auf der Hand. Allem Anschein nach beruhte ihre Zivilisation ausschließlich auf den Mammuts. Diese waren Reit- und Lasttiere und lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Zweifelsohne handelt es sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde ausgewandern mussten, sind die Jukol ihnen also bis in den hohen Norden Sibériens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Jukolmalereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Jukol gelungen war, die Mammuts zu zähmen, sie in der Tat unseren Kenntnissen nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellung eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Das Leben der Jukol war also eng mit dem dieser Dickhäuter verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Jukol ganz offensichtlich nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, Jukol ernähren sich auch heute noch von Mammutfleisch und fertigen weiterhin Kleidung und Dächer für ihre Behausungen aus Mammutfell an. Und was ihre künstlerischen Objekte aus Mammutelfenwein betrifft, so sind diese schlechthin beeindruckend. Wir können also davon ausgehen, dass die Jukol es über Jahre hinweg verstanden haben, die unzähligen toten Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibirias ruten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Jukol über fast 30 Jahrhunderte hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt, wofür sie im Laufe der Jahrhunderte im Permafrost ein wahres Netz geräumiger Höhlen gegraben haben sollen. Wenn man den kühnen Behauptungen Marie Bodrinows Glauben schenken mag, leben die Jukol fortan in einer unterirdischen Stadt. Die Forscher der Fakultät für Paläontologie der Stadt St. Petersburg haben all diesen Jukol-Mythen und Legenden selbstverständlich nie auch nur den geringsten Wahrheitsgehalt beigemessen. Dabei hebt sich die Legende von der Elfenbeinarche Sibirias ganz besonders von allen anderen ab. Nichtsdestotrotz wird sie seit eh und je lediglich als eine versponnene Geschichte angesehen, die von den Schamanen erzählt wird, um ihre Zuhörer an unendliche sibirische Winterabende die Legenden zu vertreiben. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Jukol die letzten zwölf Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Sibiria genannt. Ich füge meinen Notizen eine Fassung dieser Legende bei, die ich den Memorien Marie Badrinows entnommen habe. Sie entspricht in jederlei Beziehung den Erzählungen der Jukol, deren Bekanntschaft zu machen, mir bescheiden war. Auch wenn diese Geschichte keinen Beweis für die Existenz der Insel Sibiria darstellt, so bietet sich doch den Nährboden für eine äußerst verlockende Hypothese. Blau Gras? Stimmt, das ist das, wovon die geredet hatten. Blaues Gras. Schaler roter Brombeerstrauch. Im Herbst duften seine Blüten so stark, dass sie selbst ein Yuki aus dem Winterschlaf wecken würden. Schaler roter Brombeerstrauch. Diese Pflanze findet in Verbindung mit Seehundfett oder Talg häufige Verwendung in der Heilkunst der Jukol. Die bei ihrer Verbrennung freigesetzten Dämpfe besitzen große Heilkraft. Den Schamanen zufolge wächst diese Pflanze auf den Gräbern, deren Seele in Frieden ruht. Ich glaube, das haben wir bekommen, oder? Kann das sein? Die Legende von Sibiria. Am Ende der letzten Eiszeit trat ein gewaltiger Klimawechsel ein und zahlreiche Gebiete wurden überflutet. Diese plötzliche Veränderung der Lebensbedingungen stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage. So auch das der Mammuts. Die zu dieser Zeit den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Das den damaligen Maßstäben zufolge ungewöhnlich weitentwickelte und intelligente Volk der Jukol, das diesen Tieren einen wahren Kult weite, beschloss dem Beispiel Noah folgend, eine große Arche zu bauen, um den Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzehen der Mammuts angefertigt. Man brachte eine kleine Herde Mammuts sowie Unmengen von Futter an Bord. Einigen besonders furchtlosen Mitgliedern des Jukol-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dort hinzubringen, wo sie bessere Voraussetzungen für ihr Überleben vorfinden würden. War dieser Ort gefunden, so sollten sie die Tiere an von Bord gehen lassen und dann zum Rest des Stammes zurückkehren, um ihm vom Gelegen ihres Unterfangens zu berichten. Es sollte jedoch zehn Jahre vergehen, bis die Arche an ihren Ausgangspunkt zurückkehrte. Zum großen Erstaunen der auf dem Kontinent zurückgebliebenen Jukol befanden sich keine Überlebenden an Bord, nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in dem Eis das Schiff bedeckte, perfekt erhalten waren. Die Jukol sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzerrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davon getragen worden und kehrte auch diesmal erst zehn Jahre später mit neun eingefrorenen Mammuts zurück. Dieses Phänomen wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg. Alle zehn Jahre tauchte die Arche wieder auf, wobei die Jukol jedes Mal wieder neue, erstaunliche, gut erhaltene Mammuts vorfanden. Jukol interpretierten dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens der Seelen ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in einem tragischen Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren. So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen, in deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs mit seiner wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrtausende an dem mysteriösen Hin und Her der Arche zu ändern. Eines Tages aber, vor etwa hundert Jahren, kehrte die Arche früher als erwartet zurück und sie war leer. Diese armen Jukol waren zutiefst verwirrt, all das, woran sie glaubten und worauf sie ihre jahrtausendalte Kultur aufgebaut hatten, verlor auf einmal seinen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an ihrer Hoffnung fest, zumal die Arche in Abhängigkeit von den sich mit den Jahreszeiten umkehrenden Mehrungsströmungen noch einige Jahre lang ihr Hin und Her zwischen dem Kontinent und dem Unbekannten fortsetzte. Aber dann mussten sie feststellen, dass die Arche schließlich nicht mehr davon getragen wurde. Zahlreiche Jukol verließen daraufhin ihr Dorf und durchquerten tief verzweifelt die Tundra. Man trifft sie derweilen in den rauchverhangenen Kneipen der Vorposten unserer Zivilisation. Arme Alkoholiker, die anderen Trinkgenossen unglaubliche Geschichten über Marmuts erzählen. Als die Forscherin Baudrinov bei der Jukol weilte, fand sie ein ehemaliges Schiff vor, das im Laufe der Jahrhunderte von einer enormen Eisschicht bedeckt worden war unter der nur die Jukol das mythische Schiff ihrer Legenden zu erkennen glaubten. Den Mutmaßungen der Forscherin zufolge hat das Eis, das sich im Laufe der Zeit auf der Eiche angesammelt hat, deren Ausmaße verdoppelt und es ihr damit unmöglich gemacht, sich weiterhin zwischen den vereisten Meandern des arktischen Packeises durchzuschlängeln. Ich, Alexej Tukjanov, kann die Beobachtung dieser kühlen Abenteurerin nur bestätigen. Die Arche, die ihn einem zu der Insel Siberia bringen soll, gibt es tatsächlich. Und auch wenn ich keine handfesten Beweise habe, so bin ich dennoch davon überzeugt, dass diese Insel wirklich existiert und dass dort noch heute ein kleiner Restbestand von Marmuts leben kann. Ui, eine Menge vorzulesen? Äh, ja. Aber wir wissen jetzt anscheinend Bescheid über die, ähm, Jukol. Ähm, und über Siberia. Ähm, ja. Dann gucken wir mal, wie wir in der nächsten Folge weiterkommen. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschuchus!